Wenn man reinkommt, kommt man nur durch den Arsch oder hin. Das ist echt schnell, was ich mache. Es ist Dienstagabend, gell? Nachmittag. Sie rennen zum Kurven. Die Spitze der Männer ist also momentan in Königen bei 6,7 Kilometer. Er ist übrigens das erste Mal mit dabei beim Jungfrau Marathon. In 2009 war er Berglauf Europameister. Seine Marathon Bestzeit 2 Stunden 18 und 13 Sekunden. Er war an der Spitze, mit dabei zwei Schweizer. Patrick Wieser aus Adorf. Herr Wieser aus Adorf. Über 4.700 Läufer. Nachmittag kommen aus dieser Region. 8000 Startplätze sind zu vergeben. Am Samstag wird es ein Damenrennen geben und am Sonntag dann ein Herrenrennen. Für die Agenda merken Sie sich das Datum. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln, wie Sie die ersten Läufer hier sehen werden. Bei Km 10. Eindrucks Verpflegungsposten von insgesamt zwei Verpflegungsposten am Jungfrau Marathon 2011. Die erste Mal mit dem Todes ist die Mäbelin. Und wir haben uns die Mäbelin! Nachmittag kommen aus dem Läufer. Nachmittag kommt aus. Nachmittag kommt aus der Regel als修 Wir haben also einen mehrjährigen Kunde. Wir spielen eine Jundra Maladon, die Startung frei. Es ist ein Wachstumspunkt, die Startung ab und zwei Stadt im Wien. Es standen ja zwei Hausten auf dem Fresse der Partit. Bestesweit, zwei Frauen, Maladon. Wir begrüßen Sie. Wir spielen Jundra Maladon mit einem großen Hausten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Was passiert? Und wir haben noch eine Unterstützung, damit ihr die Spitzenläuferinnen und Läufer unterstützt. Weiter vorne können wir auch eine musikalische Umarmung gucken. Musik, Rassubanden, Bödelchen, Interlaken, herzlich willkommen. Sie sorgen eben so der Stimmung, wie wir euch hier versuchen, mit informativen. Es geht um 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr. Und wir geben euch die Informationen über die Runde bis zum 1.00 Uhr. Der Winner wird auf der Schlussfolgerung, bei Kleine Scheideck, um ca. 14.00 Uhr. Ihr habt immer noch Zeit, um den Wettbewerb zu nehmen. und der Wettbewerb zu nehmen. Dann wenden wir die Wettbewerb in den Wettbewerb. Dann ist der Wettbewerb der Wettbewerb in den Wettbewerb. Aber wenn man ein Wettbewerb wieder in einer Wettbewerbe Dann sind wir die Wettbewerb auf den Wettbewerb. Dann sind wir hier auf den Wettbewerb und die Wandbewerb. Dann haben wir heute auch eine Wettbewerb. Wir werden auch ein paar Tage. Die Großeläufer hat sich eigentlich auch ein paar Tage. Glockenläufer und die ein paar Tage. Wenn man hier vom Bauern auf der Türbewerb, Musik 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 ... und dann kommt der Rund. ... und dann kommt der Rund. Das ist der andere Rund. Steht drauf. Fängt die Rund. Das ist die Rund. Ja! Woh! 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 Vielen Dank. Vielen Dank.